Hi, also ich hatte zum Geburtstag mit dem so meine Frau, meine Freundin vielmehr, dieses Upinel Outdoor geschenkt und der Teufel hat es geschafft die Klinge abzubrechen. Tja und ich kann jetzt zusehen wie ich da wieder eine Klinge, wie ich da eine Spitze dran kriege. Schauen wir mal wie ich das schaffe. Ich habe es noch nie gemacht. So, ich kann jetzt den Klinge abzubrechen. So, ich habe es nicht so, ich habe es noch nie gemacht. So, ich habe es noch nie gemacht. So, ich habe es schon, ich habe es schon gesagt. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik so perfekt ist es nicht geworden sieht auch nicht besonders schön aus aber ist als nix danke fürs zuschauen wünsche ich noch ein schönes wochenende und wir sehen uns im nächsten video kommentare bewertung subscriber werden gerne gesehen tschüss macht's gut und wir sehen uns im nächsten video